Ich hab sowas von ne Idee. Probier ich mal gleich aus. Ah. Jetzt bist du mein Freund. Komm mein Freund. Ah. Ah. Nice. Kann ich dem jetzt sagen, dass der hier... Ah. Jetzt weiß ich, wie das funktioniert. Okay, lässt der jetzt... Bleibt der jetzt so, oder? Bleibt der jetzt, mein Freund? Nein, er stirbt. Der stirbt mit der Zeit. Also stirbt er hier auch, oder? Keine Ahnung. Muss mich beeilen. Ich beeile mich mal. Jetzt verstehe ich das. Oh nein, ich komm' wo ganz anders hin. Das war dumm. Aber die Frage ist, ob er jetzt da wirklich so... Weiß nicht. Guck mal. Drache. Was ist der Drache? Ah, der fliegt noch da oben. Nice. Okay. Er ist noch kräftig dabei, hier zu halten. Finde ich gut. Okay, dann mach' ich jetzt ne Schnellreise. Oh, eine Schnellreise. Verlassen das Verlies. Ah, da muss ich auch noch hin. Da hat er ja gesagt, da werde ich meinen Vater finden. Oh je. Wo war denn das? Wo war das? Das war, glaub' ich, hier, ne? Tempelgelände, glaub' ich. Wo ist denn die Frau nochmal mit dem Ding? Mit dem Reis? Wo war denn die nochmal? Wo ist der Drache? Oh, ne, da bin ich zu weit oben. Ne, ne, das ist falsch. Da bin ich zu weit oben. Was ist das? Tempelgelände. Ja, g'n wir da mal ein. Können wir auch mal kurz unser Geld in Sicherheit bringen. Wenn wir sowieso grad hier sind. Kurz mal das Geld in Sicherheit bringen. Hallo, mein Freund. Ja, ja. Kaufen. Ja. Ja. Das war's. Mehr Kohle kann ich nicht ausgeben. Außer noch eine Drachen drinne. Okay, hab ich schon zu viele. Verstehe. Oh, dann machen wir halt noch zwei Kaki. So. Mögen die Verstorbenen in Frieden ruhen. Ja. Mögen sie in Frieden ruhen. Ja, genau. Das ist hier. Hier ist es. Hier oben, oder? Da, ja, da ist der Baum. Nein. Ach, Gott. Okay. Wo ist der Drache? Verdammt. Ach, da drüben. Äh, nein. Da. Ach, da. Okay. Er ist noch da. Cool. Juhu. Nice. Knallerbsen. So. Jetzt bin ich hier. Und? Muss ich jetzt runter, oder? Oder ist? Nee. Jetzt geht's nur wieder zurück, oder? Oder ist? Nee, 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 nee. Hier muss es doch weitergehen. Ah, da unten. Bin mir zwar nicht sicher, aber ich versuch's halt. Oh. 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 Nein. Verdammt. Aber das war ganz richtig. Das war gar nicht so dumm. Also gar nicht so unklug. Vielleicht, 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 äh, mal, vielleicht unter mir, über mir. Das war schon, das, das war schon richtig, nur, ich war wieder im falschen Winkel und bin da neben gesprungen. Okay. Okay. Und hab. Und hab. Ah. Gut. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ah, okay. 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 Nice. Ich bin auf der anderen Seite. Haha. Yes. Und da ist ein Buddha. Nice. Okay. Aber ich mach jetzt gleich noch mal eine Reise. Also ich weiß jetzt, wo ich, wo bin ich jetzt eigentlich? Das ist das Letzte, ne? Das ist das Letzte. Genau. Ich würd jetzt noch mal in die Hauptstadt gehen, ne? Weil, da gibt's ja noch einen Weg nach unten. Den will ich auch noch nehmen. Da gibt's vielleicht nur was zu holen oder so. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht so toll, aber. Oh Gott. Ich Idiot. Ich Idiot. Ich Idiot. Oh Gott. Ja, okay. Lol. Okay. Wir sind auch wieder alle da. Na egal. Hier wollte ich noch mal runter. Hier. Ich wollte hier noch runter. Ich bin eine Wand. Scheiße. Verdammt. Ich hab schon gedacht, er läuft jetzt eiskalt an mir vorbei. Verdammt. Was ist das? Seh gar nichts. Ach, die wieder. Kleine. Ergutzei. Nicht so schlimm. Große werden viel schlimmer. Aua. Oha. Einer nach dem Wasser. Komm. Ah. Ah. Komm her. Ach, scheiße. Jetzt brenne ich auch noch. Scheiße. Ich brenne. Ah. Alter, wie viele. Jetzt reicht's aber. Oh. Das hat sich in die Luft gejagt. Raffiniertes kleines Ding, ey. Junge, Junge. Damit hab ich ja gar nicht gerechnet. Dass ich das scheiß Vieh in die Luft gejagt. Ja. 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 So. Herrisch. Ich seh nichts. Ich seh absolut nichts. Weil das ist alles so dunkel. Das gefällt mir nicht. Hier geht's. Wo? Wo? Was? Ich weiß gar nicht, ob ich da langen soll. Ach egal. Ich geh einfach mal alles erkunden. Was? Sehr schön. Ich höre schon wieder welche. Oh, oh. Oh, oh. Verdammt. Komme ich da hoch? Scheiße. Das sind ganz schön viele. Ist das eigentlich, halt mich das oder halt mich das nicht? Keine Ahnung. Nein. Kommt der jetzt? Natürlich kommt der nicht. War ja klar. Hä? Egal. Ich erledige erstmal den hier. Das geht gar nicht. Oh, das ist gar kein Viech. Oh, wie dumm. Egal. Dann verstecke ich mich mal wieder. Ich habe gedacht, das wäre so ein Unsterblicher. Verdammt. Wie dumm. Okay. Das war klar. Nichts. Doch. Kann ich gerade sagen. Gib mir dein Geld. Okay. Oh, eine Blutspur. Kämpfe für mich. Los. Jetzt wird es lustig. Ja. Zack, zack, zack. Nein. Er verbrennt einfach mal. Aua. Egal. Ja. Okay, er ist in die Luft geflogen. Du blöder Penner. Ich habe gedacht, du wärst so einer. Aber du bist so einer. Du bist so einer. Nein. Warte, wie sie da alle im Kreis hocken. Kranker Shit. Und er hier. Als einziger mit so einem farbigen Gewand. Ah, da wo bin ich denn jetzt wieder gelandet? Hä? Ach. Gecko. Tschüss. Und tschüss. Also Geckos sind ja wohl jetzt gar kein Problem mehr für mich. Da ist was in dem Tempel. Was ist denn da? Oh. Nice. Exekutiertext. Cool. Ich habe einen Exekutiertext bekommen. Einen Sempo Exekutiertext. Schau es dir an, wie weit oben ich bin. Schau es dir an, ey. Kranker Shit. Und jetzt komme ich hier rüber einfach wieder zurück. Ne? Ah, schon. Kranker Shit. Aber ich gehe nochmal so zurück. Weil. Da unten ging es auch nochmal einen zweiten Weg entlang. Also da ging es ja einmal durchs Wasser. Oh, keine Ahnung. So lange bis es mir keinen Spaß mehr macht. So lange mache ich noch. Und gerade macht es mir enormen Spaß. So lange bis es mir kal tackle die Entertainment Hoe. So lange bis es mir dá hides liab. So langeiliters. Verstattung Suspannścien. Och bis dann? Oh, Mann. So lange ist mirar.